Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein riesengroßes, gigantisches Überraschungsei von Barbie. Ihr seht vielleicht schon, das ist wirklich groß. Es ist viel größer als meine Hand. Also nicht wie die üblichen kleinen Überraschungseier, sondern gigantisch. Und das ist hier noch in so einer Verpackung. Da sieht man auch Barbie schon drauf. Und was da drin ist, das schauen wir jetzt einfach mal. So, ich habe die Sachen aus der Verpackung rausgeholt und es war dieses riesengroße Ei drin. Also jetzt seht ihr mal, wie riesengroß das ist. Und außerdem noch Barbie und ihr Fahrrad oder Barbies Fahrrad. Das mache ich mal als erstes auf. Das mit dem Überraschungsei sparen wir uns noch ein bisschen auf. Die Aufregung. Und ich öffne als erstes mal hier diese Verpackung. Tja, da ist wirklich Barbies Fahrrad drin. Hier sieht man schon mal das Hinterrad. Ein pink-weißes Fahrrad. Weißer Räder und ein pinker Rahmen. Der Lenker ist noch verpackt. Ein sehr großer Lenker. So, der kommt hier oben drauf. Ein Fahrradhelm ist noch mit dabei. Und so ein kleiner Blumenkorb. Den kann man sich hier vorne ans Fahrrad dran machen noch. Sportliche Schuhe. Weil mit so typischen hohen Schuhen kann Barbie ja gar nicht gut Fahrrad fahren. Deswegen hat die einmal sportliche Schuhe. Und einen Fahrradständer gibt es auch noch. Wo machen wir den denn fest? Hier hinten glaube ich. So, einmal hier. Den Fahrradständer dran. Und dann steht auch das Fahrrad. Sehr praktisch. Jetzt habe ich hier noch zwei Teile. Ah, das kann man hier so dran machen, damit man die Barbie daran befestigen kann. Nehme ich an. Damit die hier nicht runter fällt. Und hier unten, das kann man dann auch an die Pedale machen. Da kann die dann wirklich ihre Füße richtig dran machen. Ja, das Fahrrad gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich bin so gespannt, was jetzt hier in dem großen Ei ist. Da wollte schon mal jemand ganz dringend das Fahrrad ausprobieren. Aber die kommt jetzt erstmal an die Seite hier und macht Platz für unser gigantisches Ei. So. Oh, was ist das denn? Überraschung. Es ist einmal eine kleine Tasche. Fashion Bag. Dann, was ist das? Ein Barbie Kleid. Barbie Accessoires. Und eine Barbie. Boah, da war aber viel drin. Das war wirklich ein riesen Überraschungsei. Das war mein erstes großes Überraschungsei. Weil so ein großes Überraschungsei habe ich wirklich noch nie gesehen. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass da so viele Überraschungen drin sind. Also vier Überraschungen. Eine Tasche. Barbie Accessoires. Ein Barbie Kleid. Und eine Barbie. Und mit dabei war noch dieses Fahrrad. Also ohne die Barbie, die da jetzt drauf sitzt. Aber mit Fahrrad-Hellen. Und mit einem Blumenkorb vorne dran. Also da war jetzt wirklich richtig viel drin. Die verschiedenen Sachen, die werde ich euch auch nochmal in weiteren Videos ein bisschen genauer zeigen. Also dann packe ich das aus und probiere mal die Accessoires aus. Oder packe die Barbie dann richtig mal aus. Und wir schauen uns die vom Nahen an. Also da kommen jetzt noch ein paar Videos. Ich hoffe, euch hat mein Überraschungsei-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und schreibt auch mal, ob ihr noch weitere Überraschungseier sehen wollt. Also mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, ich habe schon gesagt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!